Guten Abend, ich bin Yara Li, die Regisseurin des Dokumentarfilms From Trust to Treasure. Ich bin sehr begeistert, diesen Film mit euch teilen zu können und bin dankbar, den ersten Preis für Filme über fünf Minuten zu erhalten. Vielen Dank für die Wertschätzung. Als ich nach Lesotho heiste, traf ich auch Künstler, Musiker, Bauern und Innovatoren. Die mich inspiriert haben, die mit sehr geringen materiellen Ressourcen, dennoch kreativen Ansätzen für die drängenden Themen wie Klimawandel und soziale Rechte fanden. Ich weiß, dass dieses Ethos des kreativen Wandels auch das Unify Film Records Festival verkördert. Aus diesem Grund ist es sehr erfreulich, dass der Film hier so viel Zuspruch findet. Ich werde weiterhin Filme über Aktivisten und Künstler im globalen Süden machen, die durch ihre Kunst über soziale Probleme sprechen und den Weg zu sozialen Wandel weisen. Wenn Sie noch Interesse haben, können Sie weitere Informationen zu unserer Arbeit unter www.cultureservicesfilms.com finden oder einfach unseren Cultural Services Kanal auf Instagram besuchen. Ich bedanke mich nochmals. Auf Wiedersehen! Und dann,